Tja, und fragen wir nach bei Katharina Willinger in Istanbul. Ein bisschen wollen wir gerne über die Hintergründe erfahren. Steht denn der türkische Präsident, steht Erdogan so sehr mit dem Rücken zur Wand, innenpolitisch, dass er zu solchen Maßnahmen oder Ankündigungen greift? Ja gut, in der Vergangenheit haben wir ja immer wieder beobachtet, dass Erdogan, wenn es innenpolitische Probleme gibt, tatsächlich die Konfrontation mit dem Westen auch nicht scheut, im Gegenteil, sie auch vorantreibt. Deshalb derzeit sieht es so aus, dass die wirtschaftliche Situation im Land sehr schwierig ist. Es gibt eine hohe Inflation und die türkische Währung, die Lira, die ist im Keller, genau wie die Umfragewerte Erdogans. Und die Opposition sagt nun, Erdogan nutzt den Fall Kavala und nutzt die Forderung der zehn Botschafter, Kavala freizulassen, aus, um von diesen Problemen abzulenken. Die Frage ist nur, geht dieser Plan auf oder würde dieser Plan aufgehen? Denn momentan sieht es ja, wir haben es im Beitrag gerade gehört, eher nach einer Annäherung zwischen den betroffenen Ländern und der Türkei aus. Wäre das der Way-out, also ein solches Bekenntnis, eine solches Bekenntnis zur Wiener Konvention etwas anderes, also was die USA da gemacht haben, etwas anderes als die EU ja schon erwägt haben, dass sie eben gemeinschaftlich einen Schritt machen? Ja, also dieser Vorstoß der US-Amerikaner, der kam ja vor etwa zweieinhalb bis drei Stunden und inzwischen haben auch die neun weiteren Länder entweder sich angeschlossen mit einer gleichen Erklärung, die sie selbst getwittert haben, oder sie haben zumindest den Post der Amerikaner retweetet, das haben inzwischen auch die Deutschen getan, beziehungsweise die Twitter-Seite der Deutschen Botschaft in Ankara. Das heißt, man versucht wohl, das ist meine Interpretation, dass da die Drähte auch geglüht haben zwischen Ankara, zwischen dem Außenministerium und den betroffenen Ländern. Man versucht quasi der Türkei da jetzt einen Way-out, haben sie es genannt, zu geben. Die Frage ist nur, warum jetzt plötzlich? Also wenn man sich zu so einem, das war tatsächlich ein ungewöhnlicher Schritt, dass Diplomaten diese Freilassung schriftlich fordern, wenn man sich dazu entschließt, warum jetzt dann das Zurückroutern plötzlich die betroffenen Länder. Aber, und das hören wir aus Ankara, Erdogan hat das Ganze wohl positiv aufgefasst und sei wohl, das sind bisher nur Gerüchte, bereit dazu, nochmal von dieser Ausweisung abzusehen. Wem das am wenigsten hilft, ist sicher der inhaftierte Osman Kavala, um den es ja ging. Also dieses Hin und Her hat ihn mit Sicherheit nicht genutzt. Lassen Sie uns kurz über Osman Kavala reden. Ist er tatsächlich persönlich gefährlich für Erdogan oder ist er mehr ein Symbol? Ja, Osman Kavala ist ein Geschäftsmann, der in der Türkei gar nicht so bekannt ist, dafür aber international. Er ist sehr gut vernetzt. Er stammt aus einer sehr wohlhabenden Familie und er nutzt das Vermögen der Familie, beziehungsweise sein Vermögen auch für Kulturprojekte aus, für eine Annäherung der Ethnien, der verschiedenen Ethnien in der Türkei, der verschiedenen Religionen, für eine Annäherung zwischen Kurden und Türken. Und der Vorwurf, den die türkische Staatsanwaltschaft ihm gegenüber ja macht, ist, dass er die Gezi-Proteste 2013, das waren regierungskritische Proteste in der Türkei, mitfinanziert haben soll. Ich glaube allerdings nicht, dass das der wirkliche Grund ist, warum er im Gefängnis gelandet ist. Denn das sind jetzt vier Jahre und es gibt noch kein Urteil. Und das müsste ja dann, wenn es Beweise gibt, gefallen sein. Es schaut eher so aus, wie Sie es genannt haben, dass er eine Symbolfigur ist und man sich die Frage stellen muss, was kann man damit erreichen, eine Person wie Osman Kavala zu inhaftieren. Und das sehen wir aktuell gerade. Man kann ihn dazu nutzen, eine internationale Eskalation herbeizuführen. Und dann nachher als Sieger herauszugehen. Denn wenn sich jetzt die Wellen wieder beruhigen und alles bleibt wie vorher, dann würde doch Erdogan wieder als der starke Mann vom Boss-Büros da stehen. Oder interpretiere ich da falsch? Ja, das kann man so interpretieren. Wie gesagt, die Frage stellt man sich ja als Beobachter schon, weshalb jetzt dieses plötzliche Zurückrudern, allen voran die USA. Das war in der Vergangenheit eigentlich auch nicht üblich. Ich habe aber Ihnen auch gerade noch erwähnt, dass es nicht üblich war, überhaupt solche Briefe von Botschaftern zu verfassen. Also warum hat Berlin, warum hat Washington und andere Länder überhaupt diese Steilvorlage an Erdogan geliefert? Dass er so jetzt aus der Geschichte rauskommen könnte, das stellt ihn natürlich als starken Mann dar. Ob es ihm allerdings hilft, daran habe ich Zweifel. Denn wir haben uns auf der Straße umgehört heute. Wir haben uns auch natürlich in den sozialen Medien sehr viele Kommentare durchgelesen zu diesem Thema und zu diesem Vorhaben bzw. der Drohung, Botschafter überhaupt auszuweisen. Und da hat die Mehrheit mit großer Verärgerung reagiert, die Mehrheit der Türken. Denn sie sagen, die Konsequenzen, die müssen doch am Ende wieder wir tragen, die wirtschaftlichen. Die Lira ist heute schon weiter abgerauscht. Und die weiteren Folgen, die könnten fatal sein. Und das trägt dann am Ende nicht der türkische Präsident, sondern diese Konsequenzen, die spüren wir dann im Alltag. Also wirklich zu Ende ist es da noch gar nicht. Katharina Willinger, herzlichen Dank für die Erläuterung. Guten Abend nach Istanbul. Danke gerne.